Wer schafft, 8 Stunden lang in diesem Horrorhaus zu bleiben, kriegt ganze 20.000 Euro. Das McKamey-Mainer-Haus ist wohl das gruseligste Horrorhaus der Welt. Bisher hat es noch niemand geschafft, ganze 8 Stunden da drin zu bleiben. Der Rekord liegt bei 6 Stunden. Um teilzunehmen, muss man 21 Jahre alt sein. Man muss ärztliche Atteste ablegen, dass man gesund und psychisch stabil ist. Und einen 40-seitigen Vertrag unterschreiben. In dem steht unter anderem, dass man mit giftigen Tieren in Kontakt kommen kann. Dass deine Knochen gebrochen werden können und dass du sogar dort sterben kannst. Außerdem musst du dir einen 2-Stunden-Film ansehen. In dem wird gezeigt, wie vorherige Teilnehmer in diesem Haus gefoltert werden. Und genau das ist es, was in diesem Haus passiert. Du wirst dort gefoltert, geschlagen, zu Sachen gezogen, die du nicht machen möchtest. Dir wird einfach extreme Gewalt angetan und das sogar noch legal. Das Ganze wird gefilmt und auf YouTube hochgeladen. 24.000 Leute sind zurzeit auf der Warteliste dafür. Fotos und Videos sind einfach zu grausam. Wer sich traut, ich teile dazu einen Link in meiner Instagram-Story.